Hallo, Servus. Ich bin gerade am FLAX Stand auf dem Media Range Day. Ich habe ein sehr geiles Produkt entdeckt. Ein Carbine System, so ähnlich wie ein Ronny. FLAX ist für zwei Waffenarten, für die SIG P320 und für fast alle Glockenmodelle. Es ist sehr kompakt gebaut, Waffe fittet gut rein. Man drückt den Knopf hier, Schulterstütze kommt raus. Stabil, will ich es wieder zurück haben. Knopf drücken, rein, zack. Da muss man ein bisschen Druck machen. Das ist alles noch sehr, sehr neu. Ich bin hier wirklich ganz in der Früh am Stand. Ich bin der Erste, der das in der Hand hält. Was man noch dazu betonen muss zu diesem System, es gibt ein Holster dazu. Ein Level 2 Holster. Er versucht das jetzt zu tacken. Und wie gesagt, für zwei Waffenarten, für die SIG und für die Glock, schieße ich mal ein paar Verschuss. Also es schießt sich auch sehr angenehm. Man hat fast keinen Recoil. Und das war jetzt die Glock. Und jetzt nehmen wir mal die SIG noch dazu. Also schaut es euch an. Ich bin gespannt, wann es nach Deutschland kommt. Danke, das war es von Flagstern.